Seufzend rückte er seinen Justo-Kor zurecht, wischte sich den Schweiß von der Stirn und strich seine roten Strümpfe glatt. »Wenn ich nur wüsste, was der König gesucht hat,« antwortete er bekümmert. »Aber ich will es dir erklären. Es gibt noch ein paar Dinge, die du wissen musst,« fügte er hinzu, nachdem er wieder zur Ruhe gekommen war, »und so erzählte mir Atomelani, um meine Wissenslücken zu füllen,« Das letzte Kapitel der Geschichte von Nicolas Fouquet. Nach dem Prozess, in dem Fouquet zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, waren die Straßen, als er Paris am 27. Dezember 1664 für immer verließ, von einer großen Menschenmenge gesäumt, die ihm weinend applaudierte. Der Musquetier d'Artagnan begleitete ihn zu der Festung Pinerolo, die an der Grenze des Reiches in Piemont liegt. Viele fragten sich, warum man diese weit entfernte Festung, die so gefährlich nah an den Hoheitsgebieten des Herzogs von Savoyen lag, gewählt hatte. Aber mehr als eine etwaige Flucht, fürchtete der König offensichtlich die zahlreichen Freunde Fouqués, und Pinerolo bot die einzige Möglichkeit, ihn für immer ihrer Hilfe zu entziehen. Als Kerkermeister wurde ein Musquetier der Leibgarde ausgesucht, der Fouquet während des Prozesses von einem Kerker zum anderen begleitet hatte. Benigny d'Auvergne, Monsieur de Saint-Marc, den d'Artagnan dem König persönlich empfohlen hatte. Saint-Marc erhielt 80 Soldaten zugeteilt, um über einen einzigen Gefangenen zu wachen, Fouquet. Er unterstand direkt dem Kriegsminister François-Michel Le Tellier, Marquis de Louvois. Die Haftbedingungen Fouqués sind äußerst hart. Er darf keinerlei Verbindung mit der Außenwelt aufnehmen, weder schriftlich noch mündlich. Besuche jeglicher Art und aus jedwedem Grund sind verboten. Er darf nicht einmal innerhalb der Festungsmauern Luft schnappen. Lesen ist ihm erlaubt, aber nur Werke, die ihm der König gestattet, und jeweils nur ein Buch. Vor allem aber darf er nicht schreiben. Jedes von dem Gefangenen gelesene Buch muss, wenn er es zurückgibt, von dem treuen Saint-Marc Seite für Seite durchgeblättert werden, um festzustellen, ob Fouquet etwas an den Rand geschrieben oder ein Wort unterstrichen hat. Es ist darauf zu achten, dass nichts in die Zelle gelangt, das zum Schreiben benutzt werden könnte. Seine Majestät sorgt für die Kleidung des Gefangenen, die ihm jeweils zum Jahreszeitenwechsel nach Pinerolo geschickt wird. In jener gottverlassenen Zitadelle ist das Klima hart. Fouquet hat keine Bewegung. Der Gesundheitszustand des Oberintendanten verschlechtert sich durch die erzwungene absolute Reglosigkeit zusehends. Dennoch wird ihm eine Behandlung durch seinen Vertrauensarzt Péquet verweigert. Fouquet bekommt aber Heilkräuter, um sich selbst zu behandeln. Auch zwei seiner Pagen werden ihm zugestanden, die aus Treue bereit waren, das Los ihres Herrn zu teilen. Ludwig XIV. weiß um die Faszination von Fouquets Wesen auf andere Menschen. Er kann ihm zwar geistlichen Beistand nicht verwehren, lässt aber den Beichtvater häufig wechseln, um zu vermeiden, dass Fouquet diesen auf seine Seite zieht und dadurch eine Verbindung zur Außenwelt herstellt. Im Juni 1665 wird die Festung von einem Blitz getroffen, der ein Pulverdepot zur Explosion bringt. Eine Katastrophe. Fouquet und seine Pagen springen aus einem Fenster. Die Überlebenschancen bei diesem Sprung ins Leere sind gering, doch alle drei bleiben unverletzt. Kaum gelangt diese Nachricht nach Paris, zirkulieren dort Gedichte, in denen das Geschehen als Wunder gefeiert wird. Gott hat den Oberintendanten retten und dem König ein Zeichen seines Willens geben wollen. Freiheit für Fouquet fordern viele, aber der König gibt nicht nach und verfolgt stattdessen diejenigen, die sich zu laut hervortun. Die Festung muss wieder aufgebaut werden. Und in der Zwischenzeit verbringt Fouquet ein Jahr im Haus des Kriegskommissars von Pinerolo und in einem anderen Gefängnis. Während der Aufräumarbeiten entdeckt Saint-Mar in den verkohlten Überresten der Einrichtung Fouquets, wozu der Geist des Oberintendanten fähig ist. In der Zelle des Eichhörnchens wurden kleine Schätze seiner Erfindungsgabe und seines Einfallsreichtums gefunden und sofort an Louvois und den König geschickt. »Beschriebene Zettelchen«, für die Fouquet den Knochen eines Kapauns als Feder benutzt hatte und als Tinte ein wenig Rotwein gemischt mit Ruß. Der Gefangene hatte sogar unsichtbare Tinte und ein Versteck für seine Schriftstücke in einer Stuhllehne hergestellt. »Aber was wollte er denn schreiben?« fragte ich erstaunt und bewegt über diese kläglichen Schliche. »Das hat man nie erfahren«, antwortete Atter. »Alles, was man fand, wurde unter strengster Geheimhaltung an den König geschickt.« »Von diesem Zeitpunkt an«, fuhr Melanie fort, »befiehlt der König, die Zelle täglich genau zu durchsuchen.« So bleibt Fouquet nur noch die Lektüre. Er darf die Bibel lesen, eine Geschichte Frankreichs, einige italienische Bücher, ein Handbuch französischer Reimwörter und die Werke des heiligen Bonaventura, aber man verweigert ihm die des heiligen Hieronymus und des Augustinus. Er beginnt, einem seiner Pagen Latein und die Anfangsgründe der Arzneikunde beizubringen. Doch Fouquet ist durch und durch wie ein Eichhörnchen. Seine Schlauheit und seine Hartnäckigkeit lassen sich nicht bezwingen. Angestachelt von Louvois, der den Oberintendanten genau kennt und nicht daran glaubt, dass er aufgibt, kontrolliert Saint-Marc sogar Fouquets Unterwäsche aufs Genaueste. Darin findet er Besatzbänder, die mit einer winzigen Schrift über und über beschrieben sind und auch die Futterinnenseite in seinem Wams ist vollständig beschrieben. Der König ordnet daraufhin an, dass Fouquet nur noch schwarze Kleidung und Wäsche ausgehändigt werden soll. Tischtücher und Servietten werden nummeriert, damit er sie sich nicht aneignen kann. Saint-Marc ärgert sich über die Pagen, die ihn mit ihren Forderungen bestürmen und immer Vergünstigungen für ihren Herrn herausschlagen wollen, dem sie mit Leib und Seele ergeben sind. Unterdessen vergehen die Jahre, aber die fast besessene Angst des Königs, dass Fouquet ihm entwischt, lässt nicht nach, und zwar aus guten Gründen. Ende 1669 wird ein Versuch zu seiner Befreiung veraltelt. Wer ihn organisiert hat, weiß man nicht, vielleicht die Familie. Aber es gibt auch Gerüchte, dass Madame de Sévigné und Mademoiselle de Scuderie etwas mit der Sache zu tun haben. Einer seiner alten Diener opfert sich. Ein bewegendes Beispiel wahrer Treue. Er hieß La Forêt und hatte als sein Begleiter die Verhaftung des Oberintendanten in Nantes miterlebt. Danach war er durch einen stundenlangen Fußmarsch den Musketieren entkommen, die ganz Nantes kontrollierten, hatte die nächste Poststation erreicht und war von dort aus im gestreckten Galopp bis Paris geritten. All dies nur, um als erster der frommen Mutter Fouquets die traurige Nachricht von dessen Verhaftung zu überbringen. Dann hatte La Forêt sogar an der Straße auf die Karosse gewartet, die seinen Herrn nach Pinerolo brachte, um ihn ein letztes Mal grüßen zu können. Selbst D'Artagnan ließ sich von dieser Geste rühren, ließ den Zug anhalten und erlaubte, dass die beiden ein paar Worte wechselten. La Forêt gibt als einziger die Hoffnung nicht auf. Unter falschem Namen gelangt er nach Pinerolo, kann einen Informanten innerhalb der Kerkermauern gewinnen und sich mit seinem geliebten Herrn am Fenster durch Gästen verständigen. Am Ende wird sein Plan aufgedeckt und der Ärmste ohne viel Federlesens gehängt. Das Leben für Fouquet wird noch härter. Seine Fenster werden vergittert, er kann den Himmel nicht mehr sehen. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Im Jahr 1670 begibt sich Louvois auf Geheiß des Königs persönlich nach Pinerolo. Nachdem er es sechs Jahre lang abgelehnt und verboten hatte, zieht Ludwig endlich Péquet, den alten Leibarzt des Oberintendanten, zu Rate. Wie sonderbar! Wollte der König nicht Fouquets Tod? Sicher ist nur, dass Ludwig seitdem um die Gesundheit des armen Eichhörnchens besorgt scheint. Die Freunde des Oberintendanten, die nicht in Ungnade gefallen waren, wie Pompon, gerade zum Staatssekretär ernannt, Turenne, Chequy, Belfond und Charot, nehmen ihre Bemühungen wieder auf und schicken Petitionen an den allerchristlichsten König. Doch die entscheidende Wendung steht noch bevor. Seit 1671 gibt es in Pinerolo zwei Häftlinge unter Sonderbewachung. In der Festung kommt plötzlich ein weiterer bekannter Häftling an. Der Graf von Lausanne. Weil er heimlich Mademoiselle, die Cousine des Königs, geheiratet hatte, warf ich dazwischen, denn ich erinnerte mich daran, dass Abbé Mélani mir bereits davon erzählt hatte. Bravo! Ich sehe, du hast ein gutes Gedächtnis. Und jetzt wird die Geschichte wirklich interessant. Nachdem man Fouquet jahrelang vollkommen isoliert hatte, ist die Entscheidung, ihm den Umgang mit einem Mitgefangenen zu erlauben, unerklärlich. Noch sonderbarer ist es, dass Lausanne in der riesigen Festung die Zelle zugewiesen bekommt, die unmittelbar an diejenige von Fouquet angrenzt. Von Lausanne konnte man alles behaupten, außer, dass er ein durchschnittlicher Mensch war. Ursprünglich war er ein Namen und mittelloser Gascogne-Kadett, ein Draufgänger und Angeber, der aber das Glück hatte, in dessen jungen Jahren die Zuneigung des Königs zu gewinnen und ihn bei seinen Divertissements begleiten zu dürfen. Obwohl er ein billiger Verführer war, hatte er Mademoiselle erfolgreich umgarnt, die steinreiche und überaus hässliche 44-jährige Cousine des Monarchen. Er ist ein schwieriger Gefangener und legt Wert darauf, das auch unverzüglich spüren zu lassen. Sein Verhalten ist aufbrausend, großspurig und schmähsüchtig. Kaum angekommen, legt er Feuer in seiner Zelle und beschädigt auch einen Balken in Fouquets Raum. So dann simuliert er auf jämmerliche Weise Krankheiten oder Wahnsinn, ganz offensichtlich als Vorbereitung auf einen Fluchtversuch. Saint-Marc, dessen Erfahrung als Kerkermeister sich auf den Oberintendanten beschränkt, kann Lausanne nicht bändigen und nennt Fouquet angesichts solcher Raserei nur noch das Lämmchen. Bald, was aber erst viel später entdeckt wird, gelingt es Lausanne, durch ein in die Mauer gegrabenes Loch mit Fouquet in Verbindung zu treten. Aber wie ist es möglich, dass niemand etwas gemerkt hat, protestierte ich ungläubig, bei der strengen Überwachung, die Fouquet täglich über sich ergehen lassen musste? »Auch ich habe mir diese Frage oft gestellt«, pflichtete mir Abbe Melani bei. Ein weiteres Jahr vergeht. Im Oktober 1672 gestattet seiner Majestät den Briefwechsel zwischen Fouquet und seiner Frau. Die Briefe der beiden müssen jedoch zuvor dem König vorgelegt werden, der sich die Entscheidung darüber vorbehält, ob sie weiterzuleiten oder zu vernichten sind. Das ist aber noch nicht alles. Ohne jeden vernünftigen Grund lässt der König zwölf Monate später Fouquet einige Bücher über die jüngste politische Entwicklung in Frankreich zukommen. Und wenig später schickt Louvois an Saint-Mar einen Brief für den Oberintendanten mit der Bemerkung, dass dem Gefangenen, falls er antworten wolle, Papier auszuhändigen sei. Und so geschieht es. Der Oberintendant schreibt und schickt zwei Berichte an Louvois. Was stand darin? Niemand hat es je erfahren, auch wenn sich in Paris sofort das Gerücht verbreitete, die beiden Schriftstücke seien in die Hauptstadt gelangt. Unmittelbar danach aber erfuhr man, dass Louvois sie wieder an Fouquet zurückgeschickt hatte, weil sie, so teilte er mit, für den König ohne jedes Interesse seien. Ein unerklärliches Verhalten, bemerkte Melanie. Erstens, weil man ein Memorandum, das zu nichts gut ist, einfach wegwirft. Zweitens, weil es geradezu unmöglich ist, dass Fouquet nicht gelungen sein sollte, dem König irgendeinen guten Rat zu geben. Vielleicht hat man ihn ein weiteres Mal demütigen wollen, stellte ich mir vor. Oder vielleicht wollte der König etwas, das Fouquet ihm nicht gegeben hat. Dennoch wurden ihm weitere Zugeständnisse gemacht. 1674 erhält das Ehepaar Fouquet die Erlaubnis, einander zweimal im Jahr zu schreiben, auch wenn die Briefe nach wie vor zuerst durch die Hände des Königs gehen müssen. Der Gesundheitszustand des Oberintendanten verschlechtert sich weiter, sodass der König erschrickt. Er erlaubt ihm zwar nicht, seine Zelle zu verlassen, aber er lässt ihn von einem aus Paris angereisten Arzt untersuchen. Seit November 1677 darf Fouquet endlich täglich eine Stunde an die Luft. Und in wessen Gesellschaft? Natürlich in Gesellschaft von Lausanne. Und die beiden dürfen sich sogar unterhalten. Unter der Bedingung allerdings, dass Saint-Marc alles mithört und dem König getreulich berichtet. Der König gewährt immer mehr gnädige Zugeständnisse. Inzwischen erhält Fouquet sogar Ausgaben des Mercure Galante und anderer Gazetten. Es scheint fast, als wollte Ludwig ihn über alle wichtigen Ereignisse in Frankreich und Europa auf dem Laufenden halten. Louvois empfiehlt Saint-Marc, den Häftling vor allem über die militärischen Erfolge des allerchristlichsten Königs zu informieren. Im Dezember 1678 unterrichtet Louvois Saint-Marc darüber, dass er mit Fouquet einen Briefwechsel aufnehmen werde, der keiner Kontrolle unterliege. Die Briefe müssten unter allen Umständen geschlossen und der Inhalt geheim bleiben, sodass Saint-Marc nur für die Übermittlung an den Adressaten Sorge zu tragen habe. Kaum einen Monat später erhält der Kerkermeister zu seinem Erstaunen ein eigenhändiges Schreiben des Königs über die Haftbedingungen für Fouquet und Lausanne. Demnach sollen die beiden sich nach Belieben treffen und miteinander unterhalten, ja sogar spazieren gehen und zwar nicht nur innerhalb der eigentlichen Festung, sondern auch im ganzen Bereich der Zitadelle. Die Häftlinge dürfen lesen, was ihnen beliebt und die Offiziere der Garnison sind gehalten, ihnen auf Wunsch, Gesellschaft zu leisten. Darüber hinaus ist ihnen gestattet, jede Art von Brettspiel zu verlangen und zu erhalten. Nach ein paar Monaten gibt es weitere Erleichterungen. Fouquet darf nach Belieben mit seiner ganzen Familie korrespondieren. In Paris waren wir aufs Höchste erregt, sagte Atomelani, und fast sicher, dass der Oberintendant früher oder später freigelassen werden würde. Im Mai 1679, also wieder ein paar Monate später, eine weitere ersehnte Ankündigung. Bald soll die Familie Fouquets ihn besuchen dürfen. Seine Freunde sind im siebten Himmel. Die Monate verfliegen, ein ganzes Jahr vergeht. Voller Spannung erwarten alle die Freilassung des Eichhörnchens. Doch sie trifft nicht ein. Man vermutet schon, dass jemand seine Hände im Spiel hat. Vielleicht, wie gewöhnlich, Colbert. Die Begnadigung bleibt schließlich aus, und stattdessen trifft uns, wie ein Blitz, der unsere Herzen zu Asche werden lässt, die Nachricht, Nicolas Fouquet sei in seiner Zelle der Festung Pinerolo in den Armen seines Sohnes, plötzlich verstorben. Man schreibt den 23. März 1680. »Und Lausanne?« fragte ich, während wir in dem senkrechten Schacht zur Lokanda hinaufkletterten. »Tja, Lausanne.« Er blieb noch ein paar Monate im Kerker. Dann wurde er freigelassen. »Ich verstehe nicht. Es ist, als ob Lausanne nur im Gefängnis gewesen wäre, um Fouquet nahe zu sein.« »Erraten.« »Aber ich frage mich, wozu?« »Na ja, mir fällt nichts ein, außer...« »Um ihn zum Reden zu bringen, um Fouquet dazu zu bringen, etwas zu sagen, was der König wissen wollte, etwas, das...« »Das reicht.« »Jetzt hast du verstanden, was wir im Zimmer von Pompeo Dulcibeni suchen.« Die Durchsuchung war viel leichter als gedacht. Ich behielt den Korridor im Auge, während Ator nur mit einer Kerze versehen das Zimmer des Mannes aus den Marken betrat. Ich hörte, wie er lange herumwühlte. Dazwischen war es immer wieder ganz still. Nach einigen Minuten trat ich ebenfalls ein, getrieben sowohl von der Angst vor Entdeckung als auch von meiner Neugierde. Ator hatte bereits einen großen Teil der persönlichen Gegenstände von Pompeo Dulcibeni durchforstet. Kleider, Bücher, darunter die drei Bände aus der Bibliothek von Tirakorda. Einige Essensreste, einen Passierschein vom Königreich Neapel in den Kirchenstaat und einige Gazetten. Eine trug den Titel »Bericht über die Ereignisse, welche sich zwischen den kaiserlichen und den osmanischen Heeren am 10. Juli des Jahres 1683 zugetragen.« »Es geht um die Belagerung Wiens«, murmelte Abimelani. Auch die anderen Blätter, mehr als ein Dutzend, behandelten das gleiche Thema. Wir beendeten die Durchsuchung des Raumes in größter Hast. Kein anderer Gegenstand schien in unseren Augen von Bedeutung. Ich wollte Abimelani gerade auffordern, die Suche abzubrechen, als ich sah, wie er mitten im Zimmer stehen blieb und sich nachdenklich am Kinn kratzte. Plötzlich stürzte er auf den Schrank zu und nachdem er die Ecke mit der schmutzigen Wäsche gefunden hatte, verschwand er im wahrsten Sinne des Wortes darin, um die Leibwäsche mit der Hand Stück für Stück abzutasten. Schließlich packte er ein paar lange Unterhosen aus Musselin und befühlte sie an verschiedenen Stellen, bis sich seine Hände auf eine der Schlaufen konzentrierten, durch die man das Band zieht, mit dem die Hose gehalten wird. »Da haben wir's. Sie stinken, aber es hat sich gelohnt«, sagte Abimelani befriedigt, während er aus Dulcibenis Unterhose ein kleines flaches Päckchen herauszog, das wie eine Schlange aussah. Es waren einige ganz klein zusammengefaltete Blätter. Der Abbe öffnete sie, hielt sie ins Licht der Laterne und begann zu lesen. Ich müßte den Leser dieser Seiten anlügen, wollte ich verhehlen, daß ich von dem, was in den folgenden Minuten geschah, ein zwar lebhaftes, aber doch nur sehr verworrenes Bild bewahrt habe. Wir begannen fast gleichzeitig, die wenigen Blätter gierig zu überfliegen. Es war ein langer lateinischer Brief in den unsicheren Schriftzügen eines alten Menschen. »Optimo Amico Nicolao Fouquet«, »Mumiarum Domino«, »Tributum Extremum«, »Sekretum Pestis«, »Sekretum Morbi«, »Utlues de Belletur«. »Unglaublich, wirklich unglaublich«, murmelte Abbe Melani in sich hinein. Einige dieser Wörter kamen mir seltsam bekannt vor. Doch Atto verlangte sofort, daß ich den Korridor im Auge behalte, damit wir nicht von der Rückkehr durch Schibenis überrascht würden. Ich postierte mich also vor der Tür und beobachtete die Treppe. Während Atto die Lektüre beendete, hörte ich immer wieder von Neuem seine leisen Ausrufe der Überraschung und des Erstaunens. Dann geschah leider das, was ich nun schon zu fürchten gewohnt war. Abbe Melani hielt sich Mund und Nase zu, stürzte mit weit aufgerissenen, hervorquellenden Augen aus dem Zimmer und drückte mir den Brief in die Hand. Er wandte sich verzweifelt, um ein gefährliches Niesen zu unterdrücken. Ich widmete mich gleich dem letzten Teil des Briefes, den er wahrscheinlich noch nicht hatte lesen können, aber ich verstand so gut wie nichts vor lauter Aufregung und wegen der tausend bizarren Verrenkungen, mit denen Atto Melani dem erlösenden Ausbruch zu widerstehen trachtete. Meine Augen wanderten sogleich ans Ende des Briefes, und da verstand ich, warum mir die Worte Mumiarum Domino bekannt vorgekommen waren, denn fast ungläubig entzifferte ich die Unterschrift »Athanasius Kircher«, IHS. Am Ende seiner Widerstandskraft angelangt, deutete Atto auf die Unterhose Dulcibenis, in die ich den Brief eilends zurücksteckte. Wir durften ihn auf keinen Fall entwenden, Dulcibeni hätte es sicher bemerkt, und das konnte unabsehbare Folgen haben. Weniger Augenblicke, nachdem wir das Zimmer verlassen und die Tür geschlossen hatten, brach Atto Melani in ein schallendes, befreiendes, triumphales Niesen aus. Christophanos Tür öffnete sich. Ich nahm die Treppe und stürzte hinunter bis in den Keller. Ich hörte, wie der Arzt Melani anfuhr. »Was habt ihr außerhalb eures Zimmers zu suchen?« Abbe Melani musste seine ganze Beretsamkeit aufbieten, um eine plumpe Ausrede zusammenzustoppeln. Er sei eben gerade auf dem Wege zu Christophano, sagte er, weil er fast ersticke an diesen plötzlichen Niesanfällen. »Na ja, aber warum habt ihr dann so dreckige Schuhe?« fragte Christophano in irritiertem Tonfall. »Ja, sie sind wirklich ein wenig schmutzig geworden auf der Reise von Paris, und ich habe sie nicht mehr putzen lassen, bei all dem, was sich inzwischen ereignet hat,« stammelte Atto. »Aber bitte, reden wir doch nicht hier miteinander. Wir wecken sonst noch Bedfordi auf.« Das Zimmer des Engländers lag tatsächlich nur wenige Schritte entfernt. Der Arzt brummte etwas, und ich vernahm, wie sich eine Tür schloss. Christophano musste den Abbe in sein Zimmer geführt haben. Nach ein paar Minuten hörte ich sie wieder herauskommen. »Diese Geschichte gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt wollen wir einmal sehen, wer sich hier sonst noch mit Nachtwandelei vergnügt,« zischte Christophano und klopfte an eine Tür. Von drinnen war Devisés schlaftrunkene Stimme zu hören. »Es ist nichts. Verzeihung, nur eine kleine Kontrolle,« entschuldigte sich der Arzt. Kalter Schweiß lief mir den Rücken herunter. Jetzt würde er an Dulcibenis Tür klopfen. Christophano klopfte. Die Tür öffnete sich. »Ja?« Pompeo Dulcibeni war zurück. Kaum war wieder Ruhe eingekehrt, ging ich hinauf, um in meiner Kammer auf Atto Melani zu warten. Es war leider gerade das eingetreten, was wir befürchtet hatten. Nicht nur Christophano hatte Atto erwischt, als er sich nachts in der Lokanda herumtrieb. Das Schlimmste war, dass auch Dulcibeni dieses Hin und Her bemerkt hatte. Er war offenbar genau in jenen Minuten in sein Zimmer zurückgekommen, in denen Atto sich bei Christophano aufhielt. Und ich war weiter unten auf der Treppe gewesen und hatte die Rückkehr Dulcibenis nicht gehört. Der Gentillon aus den Marken musste die Stufen zwischen der Kammer und seinem Zimmer im ersten Stock wirklich lautlos hinuntergeschlichen sein, obwohl er sich im Dunkeln bewegte. Es war ein höchst seltsames, wenn auch nicht unmögliches Zusammentreffen von Zufällen. Fast unglaublich dagegen erschien mir die Tatsache, dass Dulcibeni nach dem langen Weg durch die unterirdischen Gänge, dem Aufenthalt im Hause Terracorda und dem ebenso langen Heimweg rechtzeitig zurückgekommen war. Musste er sich doch aus eigener Kraft in dem Schacht zu der Falltür hochziehen, ganz allein im Dunkeln seinen Weg finden und steile Treppen hochsteigen. Dulcibeni war ein Mensch von rüstiger leiblicher Verfassung und besaß eine gute Lunge. Zu gut, dachte ich, für einen Mann seines Alters. Ich musste nicht lange warten, bis Abbe Melani vor meiner Tür stand. Er war nicht wenig verärgert darüber, dass wir uns von Christophano auf so dumme und lächerliche Weise hatten überraschen lassen und außerdem Dulcibenis Argwohn erregt hatten. Und wenn Dulcibeni flieht? Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Er muss fürchten, dass Christophano Alarm schlägt und dass auch wir aus Angst vor der Strafe des Bargello die unterirdischen Gänge und die Falltür, die direkt in das Haus seines Freundes Terracorda führt, verraten würden. Das könnte seine überaus rätselhaften Pläne gänzlich zunichte machen. Ich glaube vielmehr, dass Dulcibeni was auch immer er im Sinn hat, jetzt sein Vorgehen beschleunigen wird. Wir müssen auf der Hut sein. Aber der Brief in der Unterhose, auf den wir gestoßen sind, ist eine große Entdeckung, fügte ich hinzu und fand meine gute Laune wieder. Apropos, wie habt ihr es geschafft, das Versteck so schnell auszumachen? Ich sehe schon. Nachdenken magst du nicht. In wessen Begleitung ist Dulcibeni hier in der Lokanda angekommen? Mit Devisé und mit Fouquet. Richtig. Und wo hat Fouquet seine Zettelchen versteckt, als er in Pinerolo eingekerkert war? Ich dachte an das, was Abbe Melani mir kurz zuvor erzählt hatte. In Stühlen, im Kleiderfutter und in der Wäsche akkurat. Das heißt aber, dass Dulcibeni über Fouquet genauestens Bescheid weiß? Der Abbe nickte wie selbstverständlich. Also stimmt es nicht, was Dulcibeni den Männern des Bargello an dem Morgen, als wir hier eingeschlossen wurden, erzählt hat. Nämlich, dass er den alten Franzosen noch nicht lange kannte, wunderte ich mich. Richtig. Um so mit ihm vertraut zu sein, muss Dulcibeni den Oberintendanten in Wirklichkeit schon lange gekannt haben. Vergiss nicht, dass Fouquet nach 20 Jahren Haft ziemlich zermürbt war. Ich glaube nicht, dass er lange herumgereist ist, bevor er sich in Neapel niedergelassen hat. Und nichts liegt näher, als dass er bei den Jansenisten, den heftigsten Gegnern Ludwigs XIV., die in Neapel Wurzeln geschlagen haben, anonym Zuflucht gesucht hat. Und dort könnte er Dulcibeni kennengelernt haben, dem er dann seine wahre Identität enthüllt hätte, schloss ich. Genau. Sie sind also schon drei Jahre und nicht erst zwei Monate befreundet, wie Dulcibeni Glauben machen wollte. Und jetzt werden wir, so Gott will, diese Geschichte ganz aufklären. An dieser Stelle musste ich Abimelani gestehen, dass ich nicht ganz sicher war, ob ich den Inhalt des Briefes, den wir heimlich im Zimmer von Dulcibeni gelesen hatten, wirklich verstanden hatte. Armer Junge, du brauchst immer jemand, der dir sagt, was du denken sollst. Aber das macht nichts. Das wird sich auch nicht ändern, wenn du Gazettenschreiber bist. Wie er mir schon in den letzten Tagen erzählt hatte, war Atto Kircher vier Jahre zuvor begegnet, als dieser bereits senil war. Der Brief, den wir soeben in Dulcibenis Zimmer gelesen hatten, schien diesem bedauernswerten Geisteszustand des großen Wissenschaftlers entsprungen. Er war an den Oberintendanten der Finanzen, Nicolas Fouquet, gerichtet, als sei dem armen Fouquet nie etwas zugestoßen. Er hat jedes Gefühl für die Zeit verloren, sagte Atto, wie jene Greise, die wieder Kinder zu sein glauben und nach der Mama fragen. Der Inhalt des Briefes aber war unmissverständlich. Kircher spürte, dass er das irdische Leben bald hinter sich lassen werde und wandte sich an Fouquet als seinen Freund, um ihm ein letztes Mal zu danken. Der Jesuit erinnerte daran, dass Fouquet der Einzige der Mächtigen gewesen sei, dem er seine Theorie eröffnet habe. Der Oberintendant hatte sich sogar voller Bewunderung Kircher zu Füßen geworfen, nachdem dieser ihm die große Entdeckung seines Lebens eingehend erläutert hatte. Das Sekretum Pestis. Vielleicht habe ich doch verstanden, beeilte ich mich zu Schlussfolgern. Es ist das Traktat, in dem Kircher von der Pest spricht. Davon erzählte Dulcibeni selbst zu Beginn der Quarantäne. Kircher hat geschrieben, dass die Pest nicht von Miasmen und ungesunden Säften, sondern von winzigen Lebewesen, von Vermiculi Animati oder etwas Ähnlichem herrührt. Vielleicht besteht das Geheimnis der Pest darin, in diesen unsichtbaren Vermiculi. Da täuscht du dich gewaltig, erwiderte Atto. Die Theorie der Vermiculi war nie ein Geheimnis. Kircher hat sie vor fast 30 Jahren in seinem Scrutinium Physicomedicum Contagiose Luis Que Pestis veröffentlicht. In dem Brief, den Dulcibeni besitzt, geht es um weit mehr. Kircher kündigt an zu wissen, wie es möglich ist, Pestem Prevenire Regere Debellare, also der Pest vorzubeugen, sie einzudämmen und zu besiegen. Bravo, das ist das Secretum Pestis. Um nicht zu vergessen, was ich in der Hast lesen konnte, habe ich jedoch, bevor ich hier zu dir kam, in meinem Zimmer die wichtigsten Sätze notiert. Er zeigte mir einige Wörter und lateinische Satzfetzen, die er eilig auf ein kleines Blatt gekritzelt hatte. Secretum Morbi Morbus Crestit Sicut Mortales Augestit Patrimonium Senestit Ex Apprupto Per Vices Pestis Petit et Regreditur Ad Secretum Vite Arcane Obice Celant Marte Norden